Europride Europride 2001 war sicher eine große Herausforderung. Wie hat das im Vorfeld funktioniert? Ja, 2001 war, glaube ich, ein ganz, ganz besonderes Jahr für das bei den Schulenbewegungen in Wien. Wie du eben sagtest, also wir haben Europride 2001 in Wien. Wir waren ungefähr so, sage ich mal, so nicht ganz zehn Leute, die das einfach gemacht haben, je nach Ressourcen, je nach Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, das mit doch ziemlicher Beachtung international. Es gab 2001 zum ersten Mal Regenbogenfähnchen auf Straßenbahnen. Wie kam es dazu? Das war eigentlich keine Errungenschaft von Europride. Ich war an diesen Straßenbahnfähnchen seit etwa zweieinhalb Jahren dran. Und hatte halt von den Wiener Linien, die Erstauskunft war dann eben zweieinhalb Jahre vorher, hatte ich mir das im Kopf gesetzt. Und die Erstauskunft war, wir wissen nicht, wie viele Garnituren wir in Betrieb haben und können deswegen auch gar keine Aussage machen, wie das möglich sein soll. Und da der veranstaltende Verein natürlich auch wenig Geld hatte, konnte man die Dinger nicht einfach nur mieten, wie das zum Beispiel, wenn irgendwelche Kongresse in der Stadt sind, ja, kann man die Dinger einfach mieten. Man schiebt das Geld rüber und gut ist. So wäre das natürlich niemals gegangen. Infolgedessen musste man alle Beteiligten irgendwie unter einen Hut dringen. Und das ist, wie in vielen Sachen in Wien, sind es mindestens drei, die nie zeitgleich irgendwas sagen können. Also das ist, die Gewisse hatte was mitzureden, die Wiener Linien selbst und natürlich auch der zuständige Stadtrat. Und das war ein Ping-Pong-Spiel und ein Gelaufe seit Jahren und es wäre ja an Europride, wären die Fähnchen eigentlich sogar mal fast gescheitert, weil es war alles fixiert und ich glaube, es war schon Mai, mindestens April, wo ich auf einmal von einem ORF-Interview in der Argentinierstraße mit dem Hannes Sulzenbacher runtergegangen bin und plötzlich kriege ich einen Handy-Anruf von den Wiener Linien, dass sie das doch gerne machen würden. Das Problem war, wir hätten, wir mussten, das ist wie bis heute, soweit ich das verstehe, ist der Deal immer noch so, man zahlt einen Beitrag für die Arbeitszeit, die es kostet, diese Fähnchen an den Straßenbahnen zu befestigen. Das ist gar nicht wenig, das hört sich ein bisschen kleinkariert an, wenn man das erste Mal hört, aber wenn man durchrechnet, wie viele hundert Garnituren in einer Nacht zu B- und Endflaggen sind, ist das dann doch ganz schön viel. Und wir hätten die Fahnen zu stellen. Das war für uns ein ziemliches Problem, weil wir die eiserne Regel aufgestellt haben, es wird nichts gemacht, wofür kein Geld da ist, das Budget war fertig, dafür war kein Geld vorgesehen. Und genau so musste ich mir in Windeseile etwas überlegen, wie man eigentlich das Ding finanziert, wo man auf einmal jetzt eine Zusage hat, kurz vor knapp. Und so kam auch diese Geschichte mit den Patenschaften in die Welt, weil auf die Schnelle Geld aus dem Boden gestampft werden musste, das eben im Europride-Budget gar nicht vorgesehen war. Also insofern sind die Fähnchen passend zu Europride gekommen, es wird auch immer noch schön als Geburtslegitimation mitgenommen, was irgendwie hübsch ist, aber eigentlich war Europride, wenn man es ganz genau nimmt, sogar eine Gefahr für die Fähnchen. Wie nachhaltig war Europride? Das ist natürlich auch eine Frage, die wir oft stellen. Also es war sehr nachhaltig, unmittelbar danach, also was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war einfach zu sehen, auch was in Wien möglich ist, also was mit verschiedenen Vereinen, Organisationen, Initiativen in Wien gemeinsam möglich ist. Also wir hatten ja einen Europride-Monat, das heißt, wir hatten jeden Tag mindestens, also so im Schnitt zwei, drei Veranstaltungen und das war gewaltig. Also das war etwas, das mich sehr, sehr beeindruckt hat und noch immer sehr rührt, wenn ich daran denke. Also die Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, warum es nicht blieb irgendwie, das weiß ich bis heute nicht. Aber es war, also von mir, von meiner Wahrnehmung, die Nachhaltigkeit war kaum gegeben. Wie bettet ihr Europride in die Emanzipationsgeschichte ein, insbesondere zu Stonewall 1969? Also ganz wichtig ist, dass man sich immer bewusst macht, dass wir als VeranstalterInnen von Paraden oder ähnlichen lesbisch-schwulen Aufläufen diese Kontinuität herstellen, diesen Bezug herstellen, den es eigentlich gar nicht gibt. Eigentlich ist, das ist seit über 100 Jahren so, die lesbisch-schwule Emanzipationsgeschichte ist eine Geschichte von Diskontinuitäten, teilweise Erzwungenen durch öffentliche, staatliche, gesellschaftliche Repressionen. Sei es aber auch einfach dadurch, dass es zu keiner Zeit eine beständige und auch legitimierende repräsentative Struktur gegeben hat. Und insofern sind alle Aktivitäten, die man tut, in einen gewissen Emanzipationswillen eingebettet. Und der bezieht sich natürlich auf dieses Highlight 1969, beziehungsweise die erste Demonstration ein Jahr später. Aber im Sinne einer klassischen Geschichte, die auf Kontinuitäten abzielt, gibt es diese Kontinuität nicht. Also weder hat die Wiener Regenbogenparade etwas mit den ersten Demonstrationen, die es in Wien von lesbisch-schwulen gegeben hat, zu tun, im Gegenteil eher fast schon abgrenzend. Noch haben diese Demonstrationen im Sinne einer Kontinuität etwas zu tun, was 1969 und 70 in New York passiert ist. Es ist immer halt sehr wichtig, dass man diese Bezüge herstellt, um sich selbst die Frage zu stellen und hoffentlich anständig beantworten zu können, warum macht man das eigentlich. Denn ein Teil dessen, dass es eben diese Strukturen nicht gibt, ist, es gibt ja keine richtigen Verantwortlichkeiten, es gibt kein echtes Überprüfen, außer natürlich öffentlichen Streitereien, die auch wichtig sind. Aber letztendlich gibt es im Gegensatz zu allen gesellschaftlichen Vorgängen die überprüfende Instanz nicht. Die ist man immer nur selbst und insofern ist es auch wichtig, dass man so einen historischen Bezug herstellt, an dem man sich selbst misst.